Eigentlich wollten wir heute wieder nur fünf Minuten, so wie jeden Tag, aber ich habe einen größeren Auftrag am Start. Guckt ihr euch das mal an. Typenweise, aber wir sind zu Fuß hier, also müssen wir es irgendwie anders organisieren. Aber hier ist noch jede Menge mehr, passt auf. Und zwar, da vorne haben wir noch einen blauen Eimer am Start. Den müssen wir auch wegräumen, aber wie gesagt, wir sind zu Fuß hier und ich habe gedacht, fünf Minuten, aber leider reicht das hier nicht. Das wären wohl eher fünf Stunden. Und da vorne geht es weiter. Warte, ich zeig das erst mal. Papier, Plastik, ärgerlich. Das wird eine größere Aktion werden, auf jeden Fall. Warte mal, hier haben wir das ja auch alles voll. Schlimmer, aber hier geht es richtig an. Guck dir das mal hier die Scheiße an. Warte, man hört dich nicht an. Nix gegen Graffitis, garantiert nicht, aber räumt eure Scheiße weg, ihr Pissnasen. Oh, warte mal. Graffitis ist eine lustige Sache, aber naja, wenn denn macht wenigstens euren Dreck wieder weg. Grundsätzlich kein Problem. Geht gar nicht, ne? Ja. Wie gesagt, wir brauchen hier einen Anhänger. Das wird eine extrem große Aktion werden hier. Da ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad nichts mehr zu machen. Es sei denn, ich komme mit meinem Anhänger. Vielleicht komme ich auch mit dem Fahrrad mit meinem Anhänger. Gut, fahre ich zwei, drei Mal, aber egal. Ich bin ja noch jung und sportlich, ne? Ja, aber was uns auch gefallen ist, kein Mülleimer irgendwo. Keine öffentliche Mülleimer. Mir ist nirgendswo ein Mülleimer, aber trotzdem, ich meine, das und das andere, was wir gerade gesehen haben, muss ja trotzdem nicht sein. Das ist echt leckerlich, ne? Da geht's natürlich nicht weiter. Du, läuft. Warte. Ein Trampolin. Und das Leiden nimmt kein Ende. Alles Trampolin. Überall diese Graffiti-Stuhidosen. Guck mal, da oben steht ein Stuhl. Ich kann nur sagen, wenn man das so macht, kann man das wenigstens sauer machen und aufräumen. Ja, hier überall, ne? Überall alles voll. Farben, da hinten auch. Da braucht noch jemand einen Stuhl. Da ist er. Wir haben nichts gegen Kunst und auch nichts gegen Graffitis. Ach Quatsch. Ganz besonders nicht an so einem Ort hier. Aber, äh, Leute, ja, was soll ich sagen? Kann man wegrollen, oder? Da ist noch ein Stuhl. Da haben wir noch einen Stuhl. Ich hatte ja von Weitem gedacht, dass das ein, äh, ein Kühlschrank oder sowas wäre. Aber ist nur ein Stuhl. Tatsächlich. Ja. Zum Glück. Aber er hat's auch gedacht, ne? Ja, ich hab auch gedacht, es wäre ein Kühlschrank oder so. Aber wir sind ja froh, dass es nur ein Stuhl ist. Genau. In Anführungsstrichen. Heißt das jetzt Anhänger besorgen? Das schaffe ich auch mit dem Fahrrad nicht mehr. Auch nicht mit dem Fahrradanhänger. Nee. Anhänger besorgen. Aber der ist noch gut, oder? Bisschen dreckig, aber ich setze mich da jetzt nicht drauf. Ist ein fetter Bürostuhl, ne? Würde ich sagen. Der ist doch noch gut. So, was soll ich sagen? Warte, da bist du. Guck dir mal nach anderen Videos an, klickst du ein Abo zum Mal, gern gesehen. Adios, ciao, ciao. Gut, bye. Tschüssi.